Hallo, ich bin Uli. Wir sind seit gestern im Studio und arbeiten an einem neuen Album. Wir haben gestern zwei Songs geschafft. War schon ein bisschen spät, deswegen haben wir aufgehört und heute früh weiter gemacht. Bis jetzt, jetzt sind wir fertig mit den nächsten sechs Songs. Ein paar sind noch offen, die werden wir in den nächsten Wochen, Tagen, keine Ahnung, fertigstellen, dass wir uns auch alle ganz schnell auf das neue Album freuen können. Jetzt werde ich noch ein bisschen Pfingsten genießen und dann sehen wir uns bestimmt bald wieder. Macht's gut, wir halten euch auf dem Laufenden. Das war's quasi gewesen für dieses Mal. Pfingsten ist jetzt auch schon wieder fast vorbei. Naja, ein paar Tage haben wir noch, aber egal. Jedenfalls haben wir die ersten Tage Pfingsten im Studio verbracht. Uli war sehr fleißig, hat ja schon gesagt, wie viel wir geschafft haben. Sehr gut. Trotzdem ist natürlich immer noch viel zu tun. Das betrifft die Produktion, das betrifft natürlich noch das ganze Saubermachen der Spurengesänge, den ganzen Kram rausschneiden, der da nicht rein gehört. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wie wir es schon öfters erwähnt haben, ihr müsst euch nach wie vor bis 2015 gedulden. Früher wird's nicht. Und wir melden uns auf jeden Fall nächstes Mal mit einem weiteren Stand der Dinge. Mal gucken, was bis dahin alles passiert und wie viel wir bis dahin schaffen. Alles klar, macht's gut. Bis demnächst. Scheiße! Mach ich die Arbeitsstelle! Mach mal ein Verlückchen rein! Kann man gut in dem Haar sein! Wird's rumflicken. So, geht los. Hier mal einen Test. Das Loslegen läuft. Hallo! Nee, scheiße, schnitt. Warte mal, ich muss mir noch was überlegen. Hi, ich bin Uli. Wir sind seit gestern im Studio und arbeiten fleißig an unseren neuen Songs für das neue Album. Was natürlich schon... Buh! Freislich! Wie geht's an? Cool, Mario hat einen Papierflieger gebastelt. Wahnsinn! Tja, wie man sieht, Kaffee ist irgendwie alle immer das Gleiche. Ohne Kaffee läuft doch hier gar nichts. Da when Shane fits. Nee... So, das ist einues… Das ist scheiße! Wir müssen jetzt zum Hause messen. Vielen Dank.